So, wir gehen rein bei Deep Rock Survivor. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe schon ultra viele Runden gesockt. Ich höre euch mal kurz dazu. Es tut mir leid, dass ich euch nicht einfach mitgenommen habe. Ich wollte aber erst mal reinschauen in das Game und es hat einen einfach fucking süchtig gemacht. Aber wir gehen einfach rein. Ja, es ist ein Horde Survival. Man muss sozusagen rundenbasiert gegen die absolut krasse, insane Masse von Gegnern überleben. Es sind so viele Viecher, das ist wirklich krass. Und man denkt sich am Anfang, ja, easy. Aber man stirbt relativ schnell, wenn man nicht aufpasst. Und ja, Mining-Geschwindigkeit ist auf jeden Fall key. Wir gehen auch gleich mit dem Speer rein. Wir tun einfach so, als ob der Schütze noch nicht frei wäre. Und probieren, so weit zu kommen, wie es geht, natürlich. Klassisch. Ja. So, ich hoffe, ich hoffe, die Runde geht eine Weile. Ja, dann können wir auch zusammen upgraden und so weiter. So, wir müssen jetzt erstmal hier ein paar Sachen einsammeln, falls euch runde, was hier alles für Mineralen am Start sind. Das hier ist ein Gold, standardmäßig. Die anderen ganzen Sachen, die man so findet, wie Perlen und so und ganzen anderen Kram, braucht man, um später nach den Runden seine Fähigkeiten abzugraden. Ich denke, wir nehmen Status-Effekt-Schaden auf jeden Fall insane, wenn wir gleich eine Granate bekommen. Wir nehmen mal hier ein bisschen Gold mit. Jedes Mal, wenn wir die Runde wechseln, also mit dem Ernteschiff wieder in der Stage weiterkommen, können wir die roten Kristalle und Gold halt ausgeben, um, gehen wir auf Rüstung hier, um ein bisschen besser zu werden für die nächste Runde. Zucker, hier unten das Rote ist Leben. Das brauchen wir jetzt eigentlich noch gar nicht. Das wird erst interessant, wenn man so eine Rune bekommt. Jetzt jetzt einfach mal Rune. Das ist, wenn du einen Supply Drop einsammelst. Warte mal, Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate. Wenn du Supply Drop einsammelst, dann kann es passieren, dass du so eine Rune bekommst, dass du halt, wenn du Zucker einsammelst, zwei HP dazu bekommst. Also aufs Gesamtleben. Wenn du gleichzeitig geheilt wirst und es ist halt krass, wenn du halt dann Leben farmst, also nur auf Zucker gehst, kannst du richtig, richtig viel Leben rausholen. Zumindest in der Theorie. So, jetzt wird es langsam heftiger. Den grünen darf man ja nicht so nahe kommen. Die fressen dann einfach so auf. Das ist wirklich wild. So, wir haben jetzt während der Runde noch so eine kleine Nebenmission. Da oben rechts seht ihr es, diese Kristalle hier einsammeln. Und davon 20 Stück. Wir haben uns 3 noch schnell geholt. Müssen jetzt aber auch ein bisschen XP sammeln, bevor wir zum Endboss kommen. Weil sonst machen wir gar keinen Schaden und das wollen wir ja nicht. Mal schön Gold einsammeln hier. Ich bin ganz ehrlich, in den ersten Runden bin ich super oft gestorben. Jetzt können wir hier nach einem bestimmten Level Upgrade eine neue Waffe auswählen. Und ich bin jetzt eigentlich die ganze Zeit ganz gut gefahren mit der Kryo-Granate. Das friert die ganzen Gegner immer ein. Und ja, da wir ja 20 Prozent Elemente Schaden haben, wird das denke ich mal auch richtig reinschattern. Da kommt die Granate. Natürlich haben wir so Nasen gar keinen Effekt. So, wir gehen mal kurz zum Zucker hier. So, wir müssen noch ein bisschen weiter zum Loot Drop. Da ist er. Der Kreis. Da müssen wir jetzt ein bisschen frei minen. Jetzt kommt gleich der Boss gleichzeitig. So, wollen wir warten. Vielleicht können wir ja den Boss da reinballern. Jetzt kommt der gleich runtergestürzt, wenn wir im Kreis stehen bleiben. Jawoll. So, lässt eine Waffe. Dann fährt er einfach nur ein Level nach oben. Euer Rate. Mehr XP verdienen. Sehr, sehr gut. Wenn wir mal ein bisschen mehr ranhellen. Das war sehr gut. Man muss noch ein bisschen nah an die Explore-Viecher ran. Dann gehen die hoch und killen nebenbei noch die ganzen Viecher. Gut gern die XP noch einsammeln, aber das schaffen wir nicht. Wir hätten es eigentlich doch geschafft. hier noch ein bisschen was mit. Das ist auch nicht weiter richtig. So, Stage 2. Abbau-Rate, die Geschwindigkeit. Eieiei, das wird schwierig. Abbau-Geschwindigkeit auf jeden Fall Key. Schaden. Einen können wir uns nicht. Egal. Wir können Zucker einsammeln. Das wird schon passen. So. Ich habe, wenn ich ehrlich, die anderen Videos gelöscht, die ich aufgenommen habe, da das noch an meinem alten Setup aufgenommen wurde. Die sollten nämlich schon längst raus sein, die Videos. Ich habe es aber, bevor es raus ging, abgebrochen. Da weder Sound-Qualität noch Kamera-Qualität irgendwie gepasst hat. Außerdem habe ich es aufgenommen, wo ich total fertig und müde war. Das wollte ich euch einfach nicht antun. Ja. So. Und wir haben diesmal noch eine Nebenquest hier. Das heißt, dieses Mal müssen wir ein paar Pilze einsammeln. Wir nehmen, denke ich mal, jetzt Chance mit. 3% immer besser als. Gucken wir mal, da hier den Zucker. Hebe da rausbekommen. Ja. 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 Da ist ein Explor-Fee. Hier drüben auch. Das ist super risky hier. Auch das Golds mitzunehmen. Ja. Ja. Der Supply ist natürlich hinter uns gelandet. Den gehen wir mal zuerst holen, ja. So. Sieben von zwölf Pilzen. Jetzt müssen wir nur die zwei Kristalle wegmachen. Das passt eigentlich. Der Supply-Boot ist um den Weg. Genau. Einmal richtig einmal reingeschärpert hier. Maximal Lebenspunkte plus 70. Lebensregeneration 2. Das ist auf jeden Fall fett. Also ich bin auf jeden Fall jedes Mal gestorben, weil ich keine... Und Nachneidergeschwindigkeit für die Granate. Auch richtig gut. Und danach gehen wir mal ein bisschen auf Schaden. Würde ich mal so behaupten. Dass das auf jeden Fall besser ist gerade wie alles andere. Oh. Jetzt müssen wir gleich noch... einen Upgrade für die Waffe. Zieht auf Gegner mit der höchsten Lebenspunkte. Naja. Ach ne. Kann man das... Was passiert wenn ich hier... Okay. Nehmen 35% Schaden. Super. Shepard ich auf jeden Fall schon mal richtig rein. So. Wir müssen noch ein paar Pilze sammeln hier. Wir sind auch noch mal hier ein bisschen unterwegs. Ich werde demnächst mal ein bisschen Valorant streamen. Wenn äh... Alles so klappt wie ich mir das vorstelle. Wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe um äh... Dinge zu erledigen. Okay. Müssen wir uns ein bisschen beeilen hier. Jetzt kommen wir ja nicht mehr raus. Guckt euch einfach mal an wie viele Viecher hier jetzt schon sind. Das hat noch nicht mal richtig angefangen das Game. Triggern wir mal hier den fetten. So. Zehn von zwölf Pilzen. Wir nehmen dann ein bisschen rot noch mit. Dann können wir ein bisschen mehr abholen zur nächsten Runde. Wann schaffst du? Wann schaffst du? Hier unten... Wird ich jetzt gar nichts gerade? Auf dem Minimap sieht man immer so kleine weiße Punkte. Weil sich jemand wundert für wie ich die Dinger finde. Sieht sie... Ja sieht man bei euch. Ähm... Das ist gar nichts. Ich hoffe jetzt nicht dass ich mich hier in den Tod begebe. Aber... Hier ist noch... Ne doch nicht. Hier ist noch Gold. Wann wir mal mitnehmen hier. So. Hier ist noch jemand auf dem Pilz. Ich könnte mich ein bisschen die XP noch einsammeln. Die wir hinterher liegen lassen haben. Hinter uns läuft noch der fette Boss hinterher. Bisschen Zucker für uns. Hier ist der letzte Pilz. So. Schön Gold. Und äh... 30 Gold gab es erstmal. Für die Quest. So. Der Boss lebt immer noch. Der da voll live. Vielleicht waren es auch zwei. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Manchmal spawnen auch zwei. Oder ein riesiger. Wer da meinen. So. Probieren wir mal hier noch ein bisschen. Ein bisschen mehr XP. Äh... Für das nächste Level. Mit zu nehmen. Da liegt ja noch ordentlich was rum. Ich hab mich da gar nicht äh... Somit damit äh... Wirklich auseinander gesetzt. Was man so für ein Bild spielen kann. Bonusgeschwindigkeit. Hört's gut an. Ähm... Feuer soll wohl OP sein. Ist aber erst beim nächsten Charakter. Den man freischalten kann. Wir laufen jetzt mal hier ein bisschen langsamer. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Es ist so für's upgraden. Das grüne Ding müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wenn wir's schaffen. ja nice und das gelbe würde ich auch gerne mitnehmen ich glaube schon wenn ich könnte erstmal hier durchballern scheiße nein oh god wir auch immer wieder rausgekommen sind jawohl wenigstensgeschwindigkeit noch mal müssen wir noch meinen tempo auf jeden fall hoch bekommen er wird immer schneller müssen wir hier ein bisschen auf den boss gehen ich wollte gerade sagen naja easy wir gehen gleich rein in die nächste runde wir wackeln da nicht lange wir sind ja hier relativ schnell aufgehalten worden das können wir ja so nicht auf uns sitzen lassen diesmal sind es die pilze die wir einsammeln müssen wir scheißen erstmal hier auf den zucker wir haben eh noch keinen effekt davon hier unten ist noch ein pilz wir gehen jetzt mal gleich auf die nebenmissionen schnell und auf faste kills zumindest probiere ich das nachlageschwindigkeit feuerrate wir nehmen auch schaden 10 prozent mehr jetzt schon 42 schaden ist ok ein bisschen gold ich weiß gar nicht was ihr so feiert so die video länge ähm 15% schaden sehr geil müssen wir noch krit oder wahrscheinlich bett hoch bleiben bitte mal in die kommentare schreiben wenn ihr längere videos geil findet oder einfach nur eine halbe stunde wenn man eh nie mehr zeit hat um irgendwas zu gucken ähm schafft er doch mal hier ein paar viecher umzubringen alter sogar jetzt schon sehr sehr gut das wollte mich uh ich glaube ich würde nochmal austauschen ich bin mir nicht sicher das hier hat überhaupt gar keinen spaß gemacht das ist wie so ein wie so eine sniper rifle halt die schießt in alle richtungen und die shotgun ach ich weiß nicht ich würde wieder okay wir nehmen die shotgun mit scheiß drauf ok jetzt kommt das Schwarm ach scheiße jetzt müssen wir hier noch alles abbauen das war auf jeden fall ein guter hit das aussammeln von roten zucker erhöht das maximale lebens äh die maximale lebenspunkte um 2 das ist insane das ist ja schon mal gut für die runde nachladegeschwindigkeit nehmen wir ein bisschen mit auch wenn es nicht episch oder so war ähm projektilschaden um 10% ist auch richtig richtig gut das macht schon 102 crit wie ich das hier sehe nachladegeschwindigkeit selten 25% plus sehr sehr gut aber wenn man einmal mit dem game angefangen hat man kommt nicht mehr raus leute da äh hat man auf jeden fall bock immer weiter zu machen weil man schafft halt jedes mal so ein kleines stückchen mehr und dann kann man das und das upgraden oder denken man kann ein anderes bild spielen oder so ist schon ziemlich ziemlich gut ich gehe mal hier ein bisschen auf voll schaden feuerwarte auf jeden fall ich kriege ja diesmal alle weg einfach Granate wäre jetzt nice eigentlich aber ich habe keine shotgun haut igels rein ich habe aber was das geht wir holen uns noch die ganzen dp hier auch von dem fahrzeug hier jetzt wird es knapp wie oft ich schon gestorben bin weil ich zum schiff gelaufen bin und dann war so ein fettes fee davor stage one stage one so maximal lebenspunkte abbaugeschwindigkeit auf jeden fall austauschung abbaugeschwindigkeit 29 ach fuck wir graden unsere waffe ab elektro schadenstyps nice 15% schaden 25% nachladegeschwindigkeit abbaugeschwindigkeit wir change mal den schaden auf elektro was soll passieren ok let's go zweite runde hier sind wir letztes mal gestorben wir haben leider die mission gar nicht gemacht gerade mir gerade mal so aufgefallen war auch nicht was für uns abgebaut mit 20 gold sogar so zucker hier ein bisschen leben direkt wirklich nach oben wir haben jetzt sechs lebenspunkte dazu bekommen das heißt immer wenn wir zucker sehen nehmen wir das auf jeden fall gleich mit das ist ein pilzi noch ein pilzi let's go wir brennen jetzt mal hier die ganzen pilze ab nachladegeschwindigkeit wir nehmen mal schaden bisschen mit und shepard ist auf jeden fall in der runde noch ein bisschen rein das war schon wieder scheiß knapp hier wir nehmen mal hier den so jetzt hoffe ich dass wir dass wir noch als ah ne level 15 müssen das wäre einfach eine dritte waffe schade eigentlich aber es werden wir so jetzt kommt gleich der loot drop und das wird bestimmt auf die fetten viecher droppen oder sowas von sehr geil so explodiert in einem ring aus feuer und verbrennt gegner wenn du schaden nimmst 30 sekunden abklingzeit ich nehme mal das feuerding mit boah ich dachte da waren alle gestorben gerade feuerrate das shotgun macht jetzt mal hier den ganzen haufen scheiße weg so das upgrade für unsere shotgun ach das war der ring auf feuer das war schon mal eine gute ability eigentlich das lag nach man was los level ausstieg oh ja weiß ich nicht muss man die jetzt nehmen tatsächlich so wir schauen mal ob der bummerang jetzt hier ein bisschen damage macht ich fand den alles mal nicht so geil egal wir sind immer noch bei den pilzen hier dabei ich bin jetzt fast bei 200 leben 88 hier ist noch mehr und wir achten wir müssen pilze dann aufhändig machen ich bin es vergessen gerade war so begeistert von unserem müssen wir uns jetzt ein bisschen schaden machen lassen damit wir das wieder aufnehmen ah das ist der trick 9 von 12 shotgun haut richtig rein und das habe ich hier gar nicht gar nicht mehr auf dem schirm gehabt hier so 11 von 12 da ist der letzte pilz und boom da kommt auch der boss jetzt können wir ja kurz stehen bleiben der kommt natürlich aus der richtung mal hier den ausweg craften wir scheppern aber immer noch richtig rein ich denke mal dass die runde ein bisschen weiter geht wie wir hier vor kann ich irgendwer jetzt hier so nen scheiß machen jawoll wir nehmen am glück mit vielleicht haben wir vielleicht haben wir mal ein bisschen mehr glück wie vorher so scheiß drauf wir rennen jetzt einfach mal da rüber sonst hätte ich noch das andere zeug da mitgenehmen müssen ok easy leute stage 2 here to become so da lässt sich glauben deine waffe wäre nun deutlich hübscher hm 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 das gibt mal wieder einen Statuseffekt schaden 20% das hat Shepard natürlich ordentlich rein glaube ich oder wir nehmen mal das mit und äh grayden noch den Elektrobinderang ab nach wahre Geschwindigkeit nach wahre Geschwindigkeit und wollen wir schauen was wir gegammelt bekommen nix let's go natürlich alles super sachen aber so stage 3 die sprüche auch ziemlich ziemlich gut gemacht hier jetzt lassen wir uns noch ein bisschen Damage machen hier da was grün ist habe ich an der Ecke gesehen das müssen wir einsammeln hier die blauen Mineralien wie auch immer das heißen das sind auch so die Starkleaf Mineralien also der der Bumerang macht schon ordentlich Schaden hier unten schon noch die das kommt ihr nicht mehr raus ne das ist natürlich kacke das ist natürlich wieder fast den Arsch gekostet so noch mal ein bisschen Zucker mit noch wieder ok 202 Schläger gehts noch oh da müssen wir ordentlich was abbauen ok schauen wir doch hin oder erstmal nach hier oh man wöööö haha das war schon wieder so fucking so fucking knapp schon wieder ne das ging er denn jetzt zurück maximale Leben und Regeneration auch nice Nachleitergeschwindigkeit machen wir um eins was wollen wir eigentlich noch hin so da hinten gibt es noch die da wieder Grumerang Schaden macht das hätte ich ja nicht erwartet so nachladegeschwindigkeit ep ich denke mal xp müssen wir jetzt ja super hier sammeln deswegen wenn es da ein bisschen schneller nach oben geht dann können wir auch weiter und es ist nur schaffen ein stückchen weiter zu kommen ein bisschen wie ein sammeln damit wir im boswald noch ein bisschen krasser sind wissen wir schaden so nachhaltige schwindigkeit immer gut der boss ist am start wo ist er denn diesmal eigentlich oh mein gott ist so ein fettes Fee der dich mit einem Hubs auffressen kann nice nice soo bewegungsgeschwindigkeit ist gut insane wie viel xp gerade aufgenommen wir nehmen mal Leben mit 300 Leben haben wir jetzt so guckt euch das an wie wir die unter Kontrolle haben hier oder aber den boss haben wir noch nicht so ganz viel schaden gemacht wir haben so viel Mineralien und so weiter gefunden können wir auf jeden fall nach der runde dick abgerätsballern feuerrat von der shotgun auf jeden fall die shotgun knallt richtig rein mann netze bum bum na gut wir gehen nochmal eine runde zurück hier das wäre xp jetzt nicht ah hier vorne oh 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 so neue Waffe hier ist Granate das kommt schon greift doch mal den oh Gott wie viel zeug hier kommt man das ist doch insane das ist warum es so lustig ist ja und jetzt aber komm wir heilen uns auf jeden fall mit den Mineralien die wir haben denk ich mal wir geh mal bloß rein hier let's go so crit chance eieieie ist natürlich insane nachladegeschwindigkeit crit chance und elektro uff feels much better nope try again ja was ähm aller deiner Waffen das können wir uns natürlich jetzt nicht mehr leisten weil wir uns jetzt hier das das roll geholt haben wir steigen unsere Waffe auf und mehr mehr alle Waffen natürlich können wir uns das nicht leisten nachladegeschwindigkeit naja okay dann gehen wir rein ich denke mal es ist der boss fight noch eine stage bis zum boss so wieder ein paar pilze haben wir zwei hier schon richtig fixieren muss auf jeden fall sieben pilze haben wir schon richtig fixiert wir müssen auf jeden fall auf schaden weitergehen machen wir nicht genügend schaden ich sollte ein bisschen mehr leben haben 306 leben haben wir jetzt, ok 9 von 12 hier ist eine perle, muss man mitnehmen wieder ein paar upgrades für free vielleicht gehen wir jetzt noch ein bisschen auf farming hier das war knapp was ist das hier, das roto muss man wieder auf haben wenn wir das bekommen, was auch immer das ist goll, goll, goll ein bisschen schaden mitnehmen so, den tummrang aufwerfen aber das macht schon 107 schaden das ist fucking insane schon wieder ok die jetzt gibt es schon fernkampfangriffen hier habt ihr gesehen die rosa bubbles da ich will gar nicht wissen wie viel schaden die jetzt treiben nein dann meinen wir ja noch ein bisschen bis unser leadblock kommt was wäre ich die ok wir gehen noch ein bisschen auf gold hier wir haben wir 81 das ist auf jeden fall ordentlich was abgeholt mit haben wir vielleicht noch eine mit ne, sogar das ganze scheiße jetzt kommen wir nicht mehr raus gerade wir kommen nicht mehr raus scheiße mein Gott ein kleiner schwarm kommt da ein kleiner? was ist denn mit dem größeren? what the fuck da können wir das wird schwierig das wird richtig schwierig das wird richtig schwierig ok scheiße oh Gott wie soll ich da rauskommen alter was ist da los? ja wir nehmen auf jeden fall das glück mit würde ich mal sagen hier hinten kommen wir noch raus sehr nice noch raus geschafft aber wir haben 33 Leben noch nicht eingesammelt das wird auf jeden fall nochmal heftig werden nachladegeschwindigkeit alt senkt die nachher alle waffen den darf man bloß nicht zu nahe kommen soo Chance EP zu finden wenn du eine Art von Gestein erbaust erhöht die heilung beim stufenaufstieg erhöht die heilung beim stufenaufstieg das hört sich doch gerade sehr 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 ja Elektro ne ne ich denke mal wir nehmen Elektroschaden bitte eine kleine Geschwindigkeit ja 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 jetzt mal eine große runde hier trotzdem ist es viele Viecher ich höre euch das mal an WTF so jetzt probieren wir mal die XP damit ab mitzunehmen da oben wenn wir hier einmal rum kommen Katsache ja wir sind fast Endstufe mit der Knarre so äh ausgewogen 15% Schaden 25% Nachladegeschwindigkeit 30% Schaden Minus Feuerrate 30% na wir nehmen doch mal das ausgewogen scheiße so mehr Nachladegeschwindigkeit das nicht gut wir machen zu wenig Schaden nicht gerade wir müssen irgendwo Leben finden mh oh das hier wird schwierig ja ja muss er jetzt sogar sein wir sind auch so viel gesetzte diese anderen teile da sind vier stück dahinten brauchen wir ein bisschen mehr genauer Alter, wie viel hält der aus, Mann! Das ist super. Scheiße, komm schon, mach ihn fertig! Nein! Let's go! Scheiße, das war's! Alter, ich wurde so gesandwiched gerade! Ja, neue Klassenmodifikation, der Aufklärer, ja. Also mit dem schon Level 9, jetzt können wir mal schauen, was wir so upgraden können. Ich meine, wir können uns bestimmt ordentlich was leisten hier. Wir haben zwölf mal, wie heißt denn das Zeug? Steht denn nirgends? Egal, wir könnten den Schaden erhöhen, was an sich eigentlich schon mal gut ist. Kostet Tausende. Gut. Nachhaltgeschwindigkeit, äh, Berüstung. Haben wir noch gar nicht. XP, was wir verdienen. Auf, Aufnahmegeschwindigkeit ist auch ganz gut eigentlich. Was haben wir hier noch? Regeneration. Wie brauchen wir dann da? Zehn Stück. Acht. Okay, dann können wir uns das nicht leisten, leider. Verkaufen mal die restlichen Mineralien hier. Um schon ein bisschen Asche zu haben. So, jetzt haben wir 3900. Und ich würde sagen, wir machen wir noch eine Runde. Ja, easy. Wir haben den Boss noch nicht gemacht, aber mit den Upgrades dürfen wir eigentlich ein bisschen weiter kommen jetzt. Das heißt, wir dürften eigentlich bis zum richtigen Boss kommen. Ich glaube, da muss man so Eier zerstören und so. So. Sehe Ausweichchance 5%, 200, kritischer Schaden 200%. Ich weiß nicht, der hat bestimmt irgendwie... Was ist der hier? Das sieht man noch gar nicht. Sollen wir mal mit dem Schützen reingehen? Ja, wir können... Oder... Ja, wir gehen noch mit dem Speer rein. Aber jetzt auf... Ach, hier, können wir noch so Untergruppen. Klassisch sind es 10% Bewegungsgeschwindigkeit und 20 Leben. Auf leichte Waffen. Mhm. Wenn du feindlichen Schaden ausweist, 35% Bewegungsgeschwindigkeit, 35% Nachladegeschwindigkeit für 5 Sekunden. Das ist natürlich auch geil. Wir nehmen den Schleifer mal. Das ist ja krass. So eine Bildmission. Mhm. Gut. Hier nehmen wir einfach mal das ganze Gold hier mit, wenn wir jetzt grad noch Zeit haben. Das ist das erste Level. Feuerrate. Wir gehen gleich mal voll auf Schaden. Bumm, bumm. Ich glaub so ausgeglichen geht irgendwie gar nicht. Schaden nochmal um 25% erhöht hier. Wir haben jetzt mal ein bisschen Schaden rein. Ah ne, wir haben das... Wir haben die Rune ja noch gar nicht. Ich würde sagen, es bringt ja gar nichts. Egal. So. Manchmal kommt man nicht ineinander so von den ganzen Runden, die man so drin ist hier. So. Nachladegeschwindigkeit, Status Effekt Schaden. Wir rollen mal. Oh kacke. Was denn? Musst du rollen? Geil, geil. Lohn uns gleich den Airdrop hier. W- over guys. Hm ehhheh. Ich mache gleich noch Abenteuer. Er meckert noch nicht mehr. Von dem Gold ist da rein. so wir nehmen noch mal das lebenszeugen unser leben aufsammeln dass wir dann so was das hier salvenfeuerpistole ich hab aber den bumerang ziemlich geil auf jeden fall schaden reingebracht wir haben jetzt schon bewegungsgeschwindigkeit die absolut krass ist wir gehen noch mal das gold holen hier nachladegeschwindigkeit so wir holen uns hier das rote zeug litra ist das da oben stehts nochmal vielleicht merke ich mir das ja irgendwann mal status effekt schaden wenn wir mal irgendeinen status bekommen jetzt werde ich hier mal wegballern nachladegeschwindigkeit ein paar level noch hier schaden von allem nachladegeschwindigkeit noch mal etwas dauerhaft durchschnittlich das ist auf jeden fall auch krass so wir müssen jetzt noch pilze sammeln ein bisschen mehr der boss ist auch schon am start gleich mitgekriegt gerade das wird das noch eingesammelt bevor wir noch schnell ein level mitnehmen sehr gut auch noch zum stage 2 bekommen nachladegeschwindigkeit ist natürlich verlockend können wir uns natürlich nicht leisten treuerate haben wir hier ein bisschen schaden dann nimm mal nachladegeschwindigkeit und dann gehts rein hier ich hoffe hey ne perle wir müssen 20 Hündereien abbauen hier ein bisschen grün ich finde so krass wie viele viecher das kommen das wird dann noch schlimmer das ist so höher man spielt sondern 2000 gold jawoll so jetzt holen wir uns ein bisschen auf zucker hier ein bisschen mehr leben immer gut da müssen wir schon wieder fast selber rum ne doch nicht das ist vor uns war wir gut dass wir hier lang gehen zuerst mal doch geschafft habe ich ja nicht gedacht so der ring aus feuer war jetzt nicht so krass wohl zu finden wenn man gestein abbaut ich würde mal hier das frostschild so hier vorne kommen jetzt endlich mal die mineralien die wir brauchen um die mission zu wenden also die leben ist jung aua hier befinden wir einen anderen platz um das aufzubauen alle was haben die von schaden normal auch so mal leben das werden wir alle weg gemacht hier hier gibt es noch mal leben das gut wir sind kurz vorm boss zweite stage vielleicht schaffen wir jetzt noch mal am ende nach der geschwindigkeit ist noch gar nicht so kacke eigentlich das ist eigentlich ganz gut schon da ist der boss der ist relativ fett diesmal ich schaffe ja noch vieles grüne mitzunehmen noch kann das grüne da ist jetzt einfach weg gemacht für uns egal wir lassen es liegen das ist wichtig kriegen wir doch genug das magnet oieieiei wichtig 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 schotten war fett feuerrate gleich schaden feuerrate so das war eigentlich der wichtigste part gerade gut dass das gedroppt ist also freundlich irgendwie will die schotten hier gerade nicht so gut die ganzen spüren gehen gut für uns auf jeden fall so krass so krass what the fack irgendwie machen wir noch nicht so noch nicht genug schaden hier so krass wir nehmen mal die 30 aufnahmereichweite ist ganz gut eigentlich 30 prozent auf jeden fall auf jeden fall fett mal ein bisschen bisschen Viecher quälen na wir gehen mal rein wir wollen ja nicht schon wieder verpacken das Licht ist nicht dass es nicht schon mal schief gehen wäre so 9% ep ist natürlich jetzt nicht so krass aufnahmereichweite haben wir gerade abgegradet ich glaube wir spinnen mal glück hmm schaden krass hmm nochmal schaden können wir uns aber nicht leisten wir würden die feuerrate für alle projektivwaffen mitnehmen und wir sehen uns die schwindigkeit und dann geht es rein da erste stufe ok let's go Pilspuls müsste irgendwie da ich muss gleich erstmal ein da so geht bum 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 also hier drüben gibt es Zucker wenn wir schon ein bisschen Schaden passiert wenn wir ein bisschen unser Leben erhöhen wir sind fast wieder bei 200 mit einem Pils wir nehmen das Grüne noch mit was wir da sehen Schaden auf jeden Fall ist fett auf jeden Fall das Prozent ich glaube als letztes nehmen wir nochmal die Granate mit das hat auf jeden Fall uns das Leben gerettet letztes Mal wir nehmen das wir nehmen das Falsch das Ding wir nehmen das Falsch das Ding auf jeden Fall auf jeden Fall wir drehen mal so so maximale das Leben nochmal egal was das andere Zeug war auf jeden Fall super wichtig finde ich zumindest so das wird natürlich gefährlich jetzt wieder der 6 von 12 wahnsinnig der junge über stück mit dem nicht schaden ist auf jeden fall krass ein pilz wird noch ist ja auf jeden fall auf schaden gehen es ist ganz lustig dass man da die item zu machen anschauen kann wir sind bei 84 gold der boss ist gespawnt ich muss ein bisschen schaden geben lassen jetzt macht er mit freude ich glaube im zucker gar nicht aufgenommen jetzt natürlich so wir drehen sehr gut ich sehe die lampe so hell man das nennt nicht richtig hat ein bisschen schaden ich hab mir den boss abgehangen ein klettenreichs zirn hier wir haben den boss gleich aber der wurde sogar rausgedocht gerade krass habe ich dir jetzt nicht gerechnet alles komm hopp so so wir wollten ja eigentlich die granate nehmen ne also ich finde ich äh die beste in der kombi machen wir nicht den flanker aber fehlt immer sonst was falls es einen gibt was ich mir aber vorstellen können hmm freierate 35% machen wir mal lebenspunkte schade ah schade status hefe schade und was günstig ist leider nicht naja so eine vom boss level gerade schmue ok wir müssen wieder mit der reiner kommen 20 zu der nebenmission immer die kleine ne wir sind schon die ersten 16 16 16 war drin was was ist ganz schön viel weil wir da können wir was schön Ich hoffe das Game ist jetzt nicht so laut und ich überlabere hier die ganze Zeit zu leise mit. So wir machen erstmal hier genau in die andere Richtung auf den Weg. Da ist ein bisschen Gold noch am Start. So, Crit Chance, immer gut. Hier ist die Möpze Ende, top. Ich brauche noch mal eine Runde hier. Ich finde das Einfrieren, also das Schild ziemlich geil, besser wie die Flamme. Und hier habe ich. Ein bisschen Lydra. Mal rein damit. So, da vorne gibt es Zucker, sehr geil. Nehmen wir da noch mit, bevor es hier weiter geht. Und der Lydra kommt. Hier geht es noch rüber. Oha. Bisschen Gold. Oh. Sehr wichtig schon wieder. Schaden. Oha, ja was schon ist. Ich will gar nicht, gar nicht so fett an irgendwas dran nehmen. Ich will probieren es auf jeden Fall. Einen. Okay, wir können das nicht zu viel Zeug machen. nee gar kein Zeug diesmal das hätte glaube ich was gesagt so wir können das zusätzlich noch nehmen das haben wir doch schon wir nehmen mal den Feuerring auch noch mit oder haben wir den nicht schon? ja doch Feuerring, Eisring und das und das Zuckerring so jetzt killen wir uns wahrscheinlich gleich wieder selber oh oh nachbarer Geschwindigkeit für den Alter wie viel guck mal an wie viel Schaden der rausfallert da unten oh alter so richtig gut sieht aus man crazy what the fuck alter wie viele Fächer sind das bitte guckt euch das an und uhr 4xp man schaden 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 uhr wie viel Level sind wir grad aufgestiegen man vorwarte das war das war ne fucking fette Runde man ok ok 93 und 19 das heißt nachhaltig Geschwindigkeit die Krannhardt ist deutlich hübscher ich glaub wir ich glaub wir gehen mal hier auf den ich glaub wir gehen mal hier auf den verdient EP oh und jetzt können wir uns das natürlich nicht leisten alter ach man schaden für kreuz viele wir heilen uns einmal vor scheiß auf den west scheiß auf den west ok hier ist ein bis jetzt nur ein bisschen geschafft glaube ich ein bisschen schaden mit hier ja das ist natürlich die dort stöße alles ja schaden nur mitnehmen weil wir durch den zucker ja durch den zucker ja mal zwei punkte dazu bekommen jetzt das ei suchen oder was müssen wir jetzt machen da war ja einsatz der miene laufen wir hier ist nichts gleich hier drüben ist uns im posten das die scheiß eier zerstören oder ich weiß es doch nicht egal die laufen mal rum da hier vorne sind zwei ich brauche mich nicht ja doch ich kann die kaput machen ok what the fuck fisch tue ich spawner noch mehr Viecher raus das ist das ist die kreuz neuer auch die die in die die das ist nicht die 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 Nein, er hat die rausgehauen. Scheiße. Ich will dir mal die Skold Afterfaktor mit. Da hast du mal ein Lead gespawnt. Das war natürlich auch nice, den hast du mal bekommen. Ja, komm wieder dran. Sehr nice. Ja, warte. Hier oben waren wir noch nicht. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken, wenn wir gar nicht doch die letzte Eichen da finden. Das ist groß, dass ich jetzt da. Ich bin maximal verwirrt. Hier war schon gut aus hier. Upsi. Der Bumerang macht seinen Job hier wieder. Bum, bum, bum. Ich bin noch kein so ein Vieh umgebracht. Crazy, man. Ich muss schon ein bisschen schaden. Ich muss schon das Gold mitnehmen hier. Wir können dem jetzt auch schon Schaden machen, hier. Oh, oh, oh. Wollen wir da mal kurz hier stehen? Das ist schon der Endboss-Kollege, oder? Ich muss schon mal kurz schaden. Das sind legendären Schaden. Das ist schon legendären Schaden. 30% mehr Schaden. Ich schadar natürlich anders rein. Gott, Alter, guckt euch mal an, wie viele Viecher da sind, Mann. wie soll man denn von dem weg und man machen wir überhaupt keinen schaden gegen den nach 30 das stimmt uns doch immer stimmte und verurschneider wie viel viel Was ist denn hier los? Guckt euch das mal an. Ich bin fassungslos. Also ich weiß ja auch nicht, was ich hier sagen soll. Nur den Schaden. Oh oh. Das haben sie jetzt aufessen. Nein, oh. Geister ist krank, Mann. Ohne Witz, wie viel Viecher hier rumrennen, ist der absolute Wahnsinn. Wo soll man denn hier den Überblick verhalten? Ich bin noch nicht mal zur Hälfte, den Kollegen. Ja, es wird auf jeden Fall eine toughe Runde hier, das hier zu überleben. Ach die Scheiße. Es kriegt auf jeden Fall gewaltig Schaden hier. Oh, 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 oh. Ich bin einfach aufgegessen, Mann. Was soll das? Wie soll man den schaffen, Mann? Junge. Okay. Okay. Dann müssen wir das nächste Mal probieren. Also, ja. Wir haben den Ingenieur freigeschaltet. Da ist er. Ja, die Runde war gar nicht so schlecht. Ich, ähm, hab auch eine Million Schaden gemacht. So, der Stromfeger ist OP. Ja, die Kryosgranate jetzt nicht so. Aber gut, wenn die stoppen und das Ding da durchfliegt. Also, die Kombi war eigentlich ganz okay. Ähm, das Feuerschild kann man sich klemmen. Das Eisschild ist richtig nice. Ja. Ja, nehmen wir mal mit in die nächste Runde. Ich, ähm, ja. Wir machen noch kurz die Verbesserung hier zusammen. Ich denke mal, dass Bewegungsgeschwindigkeit auch eine der Key-Fertigkeiten werden wird. Wird eh dann irgendwann alles auf dem Max sein, denke ich mal. Ähm, XP. Aufnahme. Ich denke mal, XP ist erstmal wichtiger wie die Aufnahme-Range. Würde wir die jetzt auch noch gleich noch mitnehmen. Wir nehmen mal alles mit, was wir abwärts upgraden können. Was brauchen wir hier? Nehmen wir doch gleich mal mit hier. Können wir nochmal? Können wir. Ah, ne. Jetzt nicht. Kritischen Schaden. Gut. Ja, dann, ähm. Ja, ich würde jetzt so jeden Tag, denke ich mal, eine Folge hochladen. Und wir werden hier, denke ich mal, alles probieren hochzuleveln, was geht. Ähm. Wir haben hier schon den Magma-Kern freigeschaltet. Sehe ich es gerade. Aber erstmal, bis wir hier den Boss noch legen. Das wird, denke ich mal, in der nächsten Folge passieren. Weil wir jetzt ja doch schon sehr viele Upgrades haben. Und dann schaue ich mal, was passiert. Oder wir schauen mal, was passiert, wenn wir die Mission tatsächlich abschließen. Und, äh, ja. Mir macht es auf jeden Fall richtig Spaß. Wenn ihr Bock drauf habt auf das Spiel, ähm, ja. Link ist, glaube ich, unter der, äh, unten in der Videobeschreibung. Äh, ich glaube, das kostet gerade 13 Euro. Könnten auch 12 Euro sein. Ja. Könnt ihr euch auch selber gönnen, wenn ihr wollt. Oder ihr schaltet halt jeden Tag ein und schaut euch eine Runde an. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.